Mammutsitzung in Washington. Mit heftigem Streit über die Verfahrensregeln beginnt der US-Senat seine Debatte im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Trumps Republikaner setzen einen von den Demokraten stark kritisierten Verfahrensablauf durch. Damit erschweren sie die Einsicht in Regierungsdokumente und die Vorladung von Zeugen. Der Fall des früheren Präsidenten Bill Clinton zeigt, dass die Weigerung von Präsident Trump, die relevanten Dokumente auf Verlangen des Kongresses vorzulegen, anders ist als bei früheren Präsidenten, anders als bei Präsident Clinton, anders als bei Präsident Johnson und sogar anders als bei Präsident Nixon. Kurz gesagt, kein einziger Präsident hat sich kategorisch geweigert, bei einer Amtsenthebungsuntersuchung zu kooperieren. Die Demokraten bezeichnen das Vorgehen der Republikaner als nationale Schande, lächerlich und gefährlich für das Land. Währenddessen hält sich der US-Präsident beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos auf. Trump bezeichnet das Impeachment-Verfahren dort erneut als Hexenjagd. Ihm wird in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und eine Behinderung des Kongresses zur Last gelegt.